lecker mädchen saschka sonntag 18 uhr let's go zuschauerschaft es ist sonntag 18 uhr mit eurem girl und ich habe eine frage und zwar wann hattet ihr euren ersten social media account damit meine ich natürlich auch facebook oder auch schüler vz warte mal was war mein erster das müsste youtube gewesen sein ja nee warte oder instagram schon vorher ein bisschen könnte auch sein wie tief gehen wir denn rein nein wisst ihr was bleiben einfach bei instagram habt ihr vielleicht ein konto geschenkt zu eurem 14 geburtstag oder vielleicht zum 15 oder hat die vielleicht schon einen account mit zehn jahren und habt eure mama angebettelt bis sie schließlich nachgegeben hat zumindest trifft dieser fall auch anewünsche und ihre zehnjährige tochter zu sie hat mittlerweile über 30.000 follower der kanal wird geführt von ihrer mama doch ich frage mich welche leute folgen ihr eigentlich vielleicht dieselben leute die anewünsche für einen eher freizügigeren content abonniert haben ich glaube die leute die das ich glaube die leute die sich dafür interessieren interessieren sich nicht besonders für den orf content von anewünsche ich glaube das lässt die ziemlich kalt haben oder sind die unterstellung von mir an dieser stelle doch die mamis die ihr folgen und ist es das erste mal dass ihre tochter sie zu einem kanal überreden muss und anewünsche nachgibt obwohl die tochter viel zu jung ist warum es für anewünsche gerade ordentlich kritik handelt nicht handelt hageld digga und es hier teilweise um noch viel krassere sachen geht und das ist die kinder leute kinder also man hat einfach wirklich gerade in der geschrei klingt gerade so als ob es als ob es gespielt haben gespielt oder so einfach kinderlärm und sie zieht da ihr weißes schlaf t-shirt hoch das alles erfahrt ihr an welchem tag auch immer mit niemand geringerem als eurem volljährigen girl saschka wichtig dazu zu sagen doch was es passt hallo schöne frau mama ich kann gar nicht ich bin mitten in einem video liebe grüße an die zuschauerschaft ja zuschauerschaft grüße von meiner mama nur ganz kurz hast du eventuell ein code von motetos du weißt schon das ist die die gegen lebensmittel ja schaut beim sponsoring vorbei ich wollte nur kurz reinhören weil ich die mutter von saschka irgendwie ich finde sie ist richtig unterhaltsam zurück zum thema wer ist an der wünsche und warum finden sie aber die mutter von saschka sieht saschka echt ähnlich viele ihr verhalten fragwürdig wenn ihr mich schon länger begleitet auf diesem kanal und davon gehe ich aus denn meine zuschauerschaft abonniert mich natürlich dann werdet ihr feststellen dass der name an der wünsche nicht fremd ist damals habe ich mit der lieben yvonne ein video gemacht wo wir eine besondere thematik aufgearbeitet haben und zwar hat an der wünsche werbung gemacht für eine erwachsene seite hat dabei das ausziehen bzw nackt im netz zeigen auf eine gewisse art und weise verharmlost in dieser richtung also da postet man halt freizügig nacki die content oder auch freizügig nacki die content gibt es auch nicht freizügigen nacki die content und gibt es freizügig nicht nacki die content auch mehr hat dabei finanziell von dem ganzen prozedere profitiert ohne das aber von anfang an klar zu kommunizieren ganz im gegenteil sie hat noch betont dass sie kein geld für diese werbung bekommen hat das ganze ist hier keine kooperation ich werde nicht von denen bezahlt was faktisch richtig war aber erst nach einiger zeit rausgekommen im medizinischen bereich nacki die content of only fans der nicht freizügig ist 2000 kanalpunkte wurden hierfür eingelöst ich kann ja auch in unterwäsche sein ja das stimmt das stimmt aber wenn es nacki die ist es meistens auch freizügig weil freizügig heißt ja nicht gleich sexuell freizügig heißt freizügig und nacki die wir per definition freizügig oder sie finanziell davon profitiert wenn sich menschen da anmelden und entweder content kaufen oder selbst content auf diesen erwachsenen seiten erstellen zwar ein sehr aufschlussreiches videos ging auch um kritik an der branche selbst das habe ich euch irgendwo hier verlinkt und dann könnte ich das gerne nach diesem video angucken das heißt ane wünsche ist jetzt keine unbekannte person und ja sie ist tatsächlich auch eine sehr große influencerin sowohl auf den normalen seiten wie instagram als auch auf den würdest du auch freizügige kinder sagen oh bei der aktuellen bei der aktuellen bekleidung von teils minderjährigen mädchen würde ich schon auch freizügige kinder sagen aber nicht in einem positiven kontext also es gibt aktuell meiner meinung nach zu viele freizügige kinder die das irgendwie zu cool finden sich halb nackt anzuziehen beziehungsweise immer dies cool finden weniger anzuziehen also ist ja mittlerweile schon fast ein trend sich bevor man 18 ist schon schon halb nackt zu kleiden beziehungsweise nicht zu kleiden und das sehe ich als sehr kritisch an ich meine kinder am strand zb die formulierung die die formulierung freizügig wäre dann komisch nackt wäre dann korrekter aber theoretisch sind die dann auch freizügig gekleidet oder wenn ich also in dem kontext von da sind freizügige kinder klingt komisch wenn man es kritisiert könnte man diese formulierung bringen aber es wäre schon eher komisch du hast recht ich muss sagen können wir freizügige kinder verbieten in erwachsenen seiten sie gehört mit zu den top verdienern in den letzten tagen viel aber an der wünsche damit auf dass sie ihrer zehnjährigen tochter erlaubt hat instagram zu haben und das obwohl sie eigentlich erst dagegen war ich finde es cool wie mama das macht deswegen und sobald sie 18 ist ist auch der onlyfans link in der bio so gehört sich das ich war am anfang dagegen ist aber jetzt wird sie bald elf und deswegen habe ich gesagt okay aber wenn dann in account zusammen weil ihre tochter ist bereits auf unterschiedlichen kanälen unzensiert zu sehen und das ist jetzt auch nicht das erste mal dass anne wünsche ihrer tochter in einem sehr jungen alter erlaubt sagt der hugo der sich auf instagram am strand um ohne zeigt ja nee dass das ist was anderes ich darf das einen eigenen kanal zu haben zumindest einen kanal der auf ihrem namen fuß bereits in einem alter von vier hat die tochter ihre mama darauf angesprochen dass sie auch gerne einen eigenen youtube kanal hätte wo sie ganz ganz viele videos posten kann man bekommt einen eigenen youtube kanal und bevor der ganze shitstorm ausbricht möchte ich kurz dazu etwas sagen nicht wir kamen auf die idee sondern meine kam eigentlich auf die idee ja ja die bank wollte dass ich sie ausraube es behaupte jetzt ich aber glaub mir wir sind eigentlich schon seit monaten dabei und es ist wie so ein pedo der sagt ja aber er ging von ihr aus sie ist weit für ihr alter waren uns nicht so ganz sicher ob wir das machen wollen oder nicht sie kam auf mich zu und meinte sie möchte auch ganz ganz viele videos drehen und sie möchte auch einen eigenen kanal und dachte ich so ne sie ist noch grad mal fünf oder da waren sie sogar noch vier und noch nicht mal fünf und ich sag auch ich weiß nicht das ist ein bisschen sie ist auch viel zu jung dafür bis dann meine ja sie ist noch viel zu jung dafür punkt warum machst du warum machst du es dann trotzdem endlich in einem vernünftigen alter war und zwar fünf und dann hat andere gesagt weißt du was okay ich bin eigentlich dagegen aber ist okay du bist jetzt alt genug bis fünf jahre alt hat er so drum gebettelt und dann habe ich ihr vor drei tagen gesagt dass ich mir das überlege ob sie einen youtube kanal bekommen da hat die mich so freudig umarmt dass ich gedacht habe okay wir versuchen es und so konnte man dann bereit ja ja klar beweise nicht wirklich notwendig behaupte ich jetzt einfach mal mit fünf nee geht gar nicht ist eigentlich auch nicht lustig aber ja fünf jahren eine fünfjährige meili sehen die ihr erstes video hochgelandert und zwar ein frage und antworten video ich frage mich ja bis jetzt so was bringt die menschen dazu auf ein video einer fünfjährigen zu klicken also welchen input kann sie mir geben ich meine die beantwortet fragen wie ja wie es ihr geht und 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 aber woher kommt das interesse für eine fünfjährige dass ich mir das unbedingt anschauen muss steht ihr wie ich das meine gucken dass dann andere fünfjährige ich weiß nicht ist alles so ein bisschen ich würde eigentlich gar nicht wollen dass fünfjährige unbedingt viel auf youtube rumhängen also auch nicht als auf zuschauer seite ein bisschen komisch aber mal hier hat richtig was zu bieten die macht da challenges die macht da vlogs war nicht so regelmäßig aber das war ja auch von anne schon angekündigt es kann auch sein dass manchmal drei vier monate oder vielleicht auch ein ganzes jahr kein video kommt weil sie gerade einfach keinen bock darauf hat dann ist das halt einfach so und so kommen über diese jahre tatsächlich über 30.000 abonnenten zustande jetzt ist das also so dass miley bereits schon auf dem kanal von anne wünschen zu sehen war und auch schon seit mehreren jahren einen eigenen kanal hat man muss natürlich dazu erwähnen dass der youtube kanal als auch der instagram kanal beides von anne wünsche verwaltet werden ja sobald da bilder von dem mädchen drauf sind werden sich's pedos anschauen das ändert da gar nichts dran das steht zumindest so in der beschreibung trotzdem stelle ich mir die frage und wahrscheinlich sehr viele andere ist miley denn nicht zu jung mit zehn jahren für social media unabhängig actually die frage stellt sich mir gar nicht die antwort ist nein bevor ich diese frage stelle oder nicht davon ob diese kanäle geleitet werden von ihrer mutter oder nicht und vor allem stelle ich mir wirklich intensiv die frage welche leute folgen einer zehnjährigen auf instagram natürlich wenn die mama das anspricht und den kanal auch zeigt vermutlich die erwachsene community der mama dafür müssen aber das sind doch verschiedene leute also ich glaube die leute die sich diesen instagram kanal anschauen lässt der freizügige nakidai content von anne wünsche relativ kalt oder oder kann man auch so halb pedos sein ich weiß es nicht also ich hatte bis jetzt zum glück nicht viel kontakt mit leuten die so eingestellt sind aber ich schätze dass das unterschiedliche zielgruppen sind müssen wir uns noch mal genau den kanal von alle wünsche angucken und zwar ist sie dreifach mama unternehmerin markengründerin und eine chaos queen wie sie sich selbst beschreibt ihr werden mit sicherheit viele mummies folgen die gerne auch den alltag von anderen mummies sehen wollen oder die sich vielleicht auch austauschen wollen irgendetwas in die richtung weil die wird hierbei völlig unzensiert gezeigt andere kinder wurden früher unzensiert gezeigt mittlerweile sind die irgendwie zensiert also bei my lieben muss man das anscheinend nicht mehr machen warum auch immer das kinder unzensiert im netz gezeigt werden wird bereits zuhauf kritisiert es gibt sehr viele verschiedene gründe dafür unter anderem dass die privatsphäre der kinder damit ignoriert wird vor allem wenn das sehr sehr junge kinder sind die eigentlich das gar nicht mitbestimmen können die das gar nicht wahrnehmen dass millionen von menschen ihnen beim zuwachsen zusehen können bei peinlichen momenten bei intim momenten bei familiären momenten all das wird von sehr sehr vielen familien bloggern öffentlich hochgeladen ohne dass die kinder hierbei irgendwie eine art schutz bekommen dieser content ist vor allem so gefährlich für die kinder weil das natürlich nicht nur von familien interessierten menschen geschaut wird die als ich einfach gerne aus ich kenne einen er mag kinder und erwachsenen sag mal war was für leute kennst du und hast du ihn angezeigt ne warte mal kann man man kann das also an sich kann man das ja nicht also es ist ja nicht strafbar das nur zu haben die entscheidung ist ja ob du das auslebst das ist ja das was dann strafbar ist aber krass ich würde so leute ungern kennen wollen austauschen möchten und gucken möchten wie andere familien leben sondern auch von menschen die den content für ihre vorlieben missbrauchen können und ich führe ich hier wirklich liebend gern die djinn dauis auf und falls man die logik dahinter nicht versteht und man jetzt hier sagen möchte ja die djinn dauis die werden ja immer kritisiert und die armen ganz ganz arme leute die djinn dauis sind mittlerweile mit die größten familienblogger überhaupt die an klicks machen das ist natürlich erstmal schön es wäre aber noch viel schöner wenn ihre kinder zensieren würden wenn ihr das vielleicht nein dann würden sie weniger klicks machen das ist die logik selbst entscheiden können und sagen können ja alles gut jetzt dürft ihr mich zeigen ist doch in ordnung aber das lassen die ja die kinder nicht entscheiden sondern sie entscheiden für die kinder und die djinn dauis kriegen so viel kritik weil sie mittlerweile wirklich die größen sind ja es gibt die harrisons ja es gibt mami sehen es gibt eine bandbreite an kanälen es ist unendlich aber diese leute wurden auch schon vorher kritisiert die wurden auch schon vor den djinn dauis kritisiert bevor die überhaupt ein kind hatten die wussten worauf sie sich einlassen die wussten was passiert wenn die ihre kinder unzensiert zeigen und nicht nur zwischendurch unzensiert zeigen sondern full in jedem video da brauchen wir auch nicht reden ja was ist denn mit denen und warum macht ihr denn nicht zu denen und bla und bla ich habe bereits zu verschiedenen themen zu kindererziehung zu einer mami bloggerin was auch immer was gemacht und es gibt auch zu anderen jüngern videos man muss dann nicht immer in jedem video aufzählen ja neben den djinn dauis gibt es dann auch noch die vier parteien ja happy birthday macht jetzt argument schlechter macht es nicht weiß da jemand die logik nicht dahinter versteht ich weiß manchmal natürlich ein bisschen schwierig und ist es natürlich immer viel einfacher zu sagen dass man nur klicks will und sich deswegen auf diese person stürzt ich weiß es ist alles mal viel einfacher als normal und rational auf kritik einzugehen ich weiß alle wünschtes einnahmequellen sind unterschiedlich sie verdienen vor allem sehr sehr viel geld mit of hierbei stellt sie manche inhalte auf instagram zur verfügung die in einer freizügigeren version auf of zu sehen sind ihr kanal auf of ist tatsächlich kostenlos es gibt bestimmte inhalte für die man zahlen muss das ja auch krass denn eigentlich also die kriegt ja nicht mal ein monats abo aber die postet so viel dass die einfach eine mille im jahr an umsatz machen kann und einiges davon ist ein bisschen fragwürdig ja gut ihr kriegt eine freizügige version von meinen instagram bildern natürlich auch auf meinem only fans da habe ich dann vielleicht so das t-shirt so ein zentimeter weiter hoch gezogen also ist nicht kostenlos kostet 200 euro im monat beispielsweise der kanal trashkurs hat eine humoristische analyse ihres of kanals gemacht und die haben festgestellt dass dort ein video online ist wo kinder im hintergrund zu hören sind anne produziert in diesem video of content und im hintergrund hört man ihre kinder das kann ich nehmen und das ist halt kinder leute kinder also man hat einfach wirklich gerade ähm guck mal wie gut der bot einfach funktioniert hier fragt gerade jemand wie instagram name ist und der bot hat einfach das wort instagram erkannt und antwortet mein instagram doppelpunkt auf instagram einzig kugel einzig kugel eigentlich überall ich habe den namen zum glück überall reserviert bekommen also ob es die kinder die haben gespielt oder so einfach kinderlärm und sie zieht da ihr weißes schlaf t-shirt hoch es ist wirklich ein schlaf t-shirt und zeigt kurz ihren wie es sieht aus wie ein spott achso so und da ist kein etage hier oben also sie ist einfach nur die oberste etage in diesem ausschnitt hört man das hier recht schlecht wer ist die frau da Ja mit wem redet der typ mit wem redet der typ kann das schon mal passieren, dass irgendwas zu hören ist. Ja, aber es ist trotzdem unangenehm. Stell dir vor, also jetzt mal auch so für die Nicht-Pedos, das wäre doch total der Mutkiller, wenn du da ein Kind schreien hörst. Sorry, aber da, also, es gibt, glaube ich, nichts, was dich mehr rausbringt. Okay, wenn du vielleicht die eigene Großmutter in dem Video sehen würdest oder so, aber so ziemlich auf einem Level, oder? Das ist so, das ist schlimmer, als wenn du irgendwie die eigene Großmutter in dem Video sehen würdest oder so. Legit. Ja, nütz. Bei dieser Art von Content finde ich persönlich das sehr, sehr fragwürdig und auch beispielsweise der Kanal Trashkurs, beziehungsweise die Person, haben dasselbe Empfinden. Dass das total fragwürdig wirkt, scheint aber Anne gar nicht zu berühren, denn sie hat ja den Clip trotzdem hochgeladen. Auf Annes Instagram-Account wird auch nicht nur etwas Mamas gepostet, sondern man findet. Man muss sagen, wenn das jetzt einmal passiert ist, das kann noch im Versehen sein. Das würde ich, aber, ja, gerade im Kontext zu den anderen Sachen. Auch sehr freizügigen Content. Bilder, die Anne beispielsweise in Unterwäsche zeigen oder in bestimmten Posen. Und der erste Beitrag ist auch ein Teaser, der wahrscheinlich eher von der Seite gepostet wurde, aber auch in ihrem Account auftaucht. Ja, das ist ein Teaser für eine Erwachsenen-Webseite. Manche Leute stellen in Frage, was denn daran schlimm sein soll, wenn man sich als Mama auszieht. Aber das kritisieren ja die meisten gar nicht. Denn ehrlich gesagt ist nichts Schlimmes daran. Man kann sich natürlich streiten, ob derartige Posen oder Teaser für ihren Account auf ihrem Kanal auftauchen müssen. Vor allem, wenn ihre Kinder und alle Freunde ihrer Kinder das im Internet auch sehen können. Aber dennoch ist es ihre Sache. Aber man kann nicht ausschließen, dass sie mit diesem Art von Content auch gewisse Männer anlockt und die sie abonnieren, in der Hoffnung, dass vielleicht mehr von dieser Art Bilder kommen. Einen genauen Einblick in Zahlen haben wir natürlich nicht. Ihr Account enthält bestimmte Links und da wird auch ihr OF-Link aufgeführt. Unter ihren Bildern steht nicht, hey, geht auf meinen OF-Kanal. Aber Anne Wünsche geht relativ offen, sogar sehr offen damit um, dass sie einen hat. Jetzt stelle ich mir natürlich trotzdem die Frage, welche Leute folgen ihrer zehnjährigen Tochter? Sind das alles Mamis, die die Tochter einer Influencerin unterstützen wollen? Oder sind dazwischen vielleicht auch ein paar Zwielichtnäcke gestalten, die solche Art von Videos für ihre eigenen Zwecke missbrauchen? Wie kommt man auf die Idee, sowas hochzuladen? Holy! Ich meine, einem muss doch klar sein, was passiert, wenn man das ins Internet stellt. Also. ... brauchen können. Und auch wenn man vielleicht aus Spaß diese Art von Videos dreht, diese Art von Bilder, egal wie harmlos sie vielleicht für euch wirken, können im Netz... Nein, nein, Entschuldigung, das wirkt nicht harmlos auf niemanden. Nicht, wenn das ein kleines Kind macht und wenn man weiß, was im Internet los ist. Das Internet ist voller Pedos. Für besondere Vorlieben missbraucht werden. ... harmlose Videos, in denen... Ich habe noch nie jemanden gehört, der das als Vorliebe bezeichnet. Saschka, Vorliebe? ... die Jungs spielen, aber heftige Kommentare. Hier schreibt einer, er würde die beiden gerne zu seinen Sklaven machen. Mir stellt sich schon gar nicht mehr die Frage, ob sie zu jung ist für einen Social Media Account, denn meiner Meinung nach und auch laut den Richtlinien ist sie es auf jeden Fall, egal, ob der Kanal oder die Kanäle von ihrer Mutter geführt werden oder nicht, sondern ich stelle mir die Frage, was ist denn die Intention dieses Kanals? Wofür braucht... Saschka, bewerbefreundlich bleiben, ja, ich weiß, ich weiß. Finde ich trotzdem eine wilde Vermutung. ... eine 5-Jährige einen YouTube-Kanal, wofür braucht eine 10-Jährige einen Instagram-Kanal? Denn laut Anne darf sie ja gar nicht selbst entscheiden, das wird überwacht. Sie darf nicht mal selber was liken. Vielleicht ist es ein Spaß, vielleicht ist es aber auch ernst gemeint. Aber wenn, dann den Account zusammen. Ich entscheide alles, weil zu 10 kann die Leute jetzt entscheiden. Ich darf nicht mal kommentieren. Nein, nicht mal liken. Ja, man kann der Tochter nicht schreiben, weil die Nachrichtenfunktion ausgestellt ist, aber... Puh, okay, das ist schon mal, das ist schon mal gut. Also, das wäre auch wirklich die Höhe. Bei jeder Hans und Franz kann ihr folgen. Das heißt, ihr kann nicht mal eine manuelle Prüfung erfolgen, ob sie überhaupt will, dass ihr so viele unterschiedliche Personen, wo sie nicht mal den Hintergrund kennt, folgen. Und auch wenn man ihr nicht... Okay, aber man muss auch sagen, prinzipiell kann ich mir Stockbilder aus dem Internet hochladen und dann aussehen wie eine Mutti, wie eine Mutti mit drei Kindern, die irgendwie 50 Jahre alt ist und selber Familiencontent irgendwie so Bilder produziert, so halt Family-Blogger ist und dann aber in Wahrheit ein komischer Typ sein, der den diese Bilder da anmachen. Also, du kannst dich ja ausgeben auf Instagram, wie du möchtest. Du kannst die Bilder ja einfach aus dem Internet laden und dann auf dein Instagram und dann ganz anders aussehen, als du eigentlich bist. Nicht verdursten zum Wohl. Wenn ich schreiben kann, hat sie letztens eine Fragerunde veranstaltet, wo man in einen kleinen Sticker schreiben soll. und da, so wie das Internet eben ist, hat ihr eben geschrieben, lösch dich. Wurde das von Anne abgenommen? Findet sie das auch lustig, dass ihr Kind das beantworten will? Und welche Sachen wurden vielleicht von fremden Personen geschrieben, die sie nicht veröffentlicht hat? Natürlich ist die meiste Kritik oft, wie wirkt sich Social Media auf eine so junge Psyche aus? Wie wirkt es sich aus, Kinder so früh vor die Kamera zu setzen? Sie für die ganze Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Vor allem, wenn das Internet nicht vergisst. Häufig kommt das Argument, dass es Kindern später unangenehm sein kann, dass die Eltern vielleicht nicht weitsich denken können und es zu Situationen kommt, dass diese Aufnahmen, spontanen Aufnahmen, die vielleicht in dem Moment lustig waren, später zu Folgen führen können. Beispielsweise, dass Kinder gemobbt werden. Viele der Kinder begreifen nicht, dass Tausende, Millionen von Menschen ihnen zuschauen und die Eltern begreifen vielleicht die Folgen auch nicht. Oder es ist ihnen egal, weil sie Geld machen. Sie ignorieren sie. In Miley's Fall sind es keine Millionen von Menschen, aber es sind doch beachtlich viele. Zu dem einzigen Video, wo die Kommentare wahrscheinlich nicht automatisch von YouTube deaktiviert wurden, denn das ist nämlich so, dass wenn das spezielle Kinderkanäle sind, man dort nie kommentieren kann. Das ist von YouTube normal und das ist so geregelt, kann man viel positives Feedback finden und zwar, wie süß doch die Miley ist. Sie ist so süß, sie ist so niedlich. Sind das auch irgendwie so alte, fette, unheimliche Männer? Bitte nicht. Die ist so, so... Okay, das ist wenigstens eine... Sieht wenigstens aus wie eine Frau, die im Alter sein könnte, dass sie eine Mutter ist. Da ist niemand drauf. Ja gut, aber sowas... Du weißt halt schon nicht, wer das ist. Süß. Welche Personen sind das, die sich aktiv den Kanal einer Fünfjährigen anschauen? Das sind keine Kinder, das sind alles Erwachsene und ja, da sind vielleicht Mamis, aber was... Ja, Mamis sind aber nicht das Problem hier, obwohl wenn es Mamis wären, die auch noch das Problem hätten, wäre es doppelt schlimm. Aber... Wenn das fragwürdige Personen sind. Ein Instagram-Kanal für eine 10-Jährige, über 30.000 Follower, die von Mamis Instagram-Account, der nicht nur mit Familienkonten auffällt, sondern auch Links für ihren OF-Account. Welche Zielgruppe kommt damit rüber? Ist es durchmischt? Sind es nur Mamis, die, wie gesagt, das Kind einer Influencerin unterstützen wollen? Oder vielleicht auch andere? Die Frage kann ich nicht beantworten. Vielleicht denke ich auch zu pessimistisch. Vielleicht denke ich aber vorsichtig. Vorsichtiger als andere. Warte mal ganz kurz. Ich will mal... Sieht man die Follow-Liste bei ihr? Warte, wir sind gerade in Minute 16, 50. Warte, ich will mal ganz kurz sehen. Wie heißt der Account? Ich will mal ganz kurz suchen. Ähm... Ob man die Follow-Liste sieht und ob da irgendwie creepy Männer dabei sind. Ähm... Und... Ähm... Wo ist das Und-Zeichen? Ja. Sieht man die Follow-Liste? Ähm... Okay. Okay, ich sehe auf den ersten Blick schon ein paar ältere Männer hier. Auf den ersten Blick. Aber auf den ersten Blick sehe ich schon... Ich möchte jetzt halt nicht irgendwie doxen hier, weil ich meine, es könnte theoretisch auch irgendeinen plausiblen Grund geben. Aber bei manchen fragt man sich schon... Okay, ich hab's jetzt nur mal selber nachgeschaut. Ich wollte es jetzt nicht hier öffentlich machen, weil man macht denen ja einen Vorwurf, der nicht unbedingt stimmen muss. Theoretisch könnten das auch einfach Leute sein, die vielleicht selber Väter sind oder so. Ähm... Ja, aber schon eher creepy. Kann ich nicht beantworten. Vielleicht denke ich auch zu pessimistisch. Vielleicht denke ich aber vorsichtig. Vorsichtiger als andere. Manche sagen, dass sich hier das Jugendamt einschalten sollte. Natürlich steht hier die Frage, ob hier wirklich Kindeswohl... Ja, bei mir steht sich die Frage, warum schreibst du Jugendamt Leertaste Fragezeichen Komma Eieiei Und ich bin... Und ich komme mir manchmal vor wie ein Degastheniker Leertaste Ausrufezeichen Und dann keine Leertaste nach dem Ausrufezeichen Immerhin keine Leertaste nach dem Punkt. Also nicht mal konsistent Gefährdung im Raum steht. Einem Kind ihren eigenen YouTube-Kanal zu geben oder auch einen eigenen Social Media Kanal, der wie bereits erwähnt auch von der Mama geführt wird, wird vermutlich nicht unter Kindeswohlgefährdung zählen. Dass man Kinder im Hintergrund eines OF-Beitrags hören wird, zählt vermutlich auch nicht zu Kindeswohlgefährdung. Man kann ihren Erziehungstil kritisieren. Ob das Ganze ein Fall fürs Jugendamt ist, ist schwer zu beurteilen und würde... Es ist auf jeden Fall kritikwürdig. Ich würde nicht sagen, dass man es ihr unbedingt verbieten muss, aber ich würde es stark kritisieren. Ich mir auch nicht anmaßen. Es gibt andere Methoden zum Schutz von Kindern im Netz. Beispielsweise, dass sie ein Recht auf Privatsphäre haben und dass es bestimmte Arbeitszeiten gibt, an die man sich als Elternteil... Eigentlich, woher kommt das eigentlich, dass wir für alles Gesetze brauchen? Könnte man nicht auch einfach manchmal sagen, so schlecht werden Menschen schon nicht mit... Also ich meine, könnte man nicht bei manchen Sachen einfach davon ausgehen, dass Leute für ihre Kinder sorgen wollen? Das wäre doch eigentlich schön, oder? Wenn man nicht immer für alles eine gesetzliche Regelung bräuchte, sondern man davon ausgehen könnte, dass Leute einfach gut mit ihren Kindern umgehen. Halten muss. Das Ganze ist aber meiner Meinung nach so lasch und wird kaum wahrgenommen. Ich meine, guck durch die ganzen großen Familienvlogger an. Irgendwie kann es ja nicht so wichtig sein, dass das Kind ein Recht auf Privatsphäre hat, wenn es in jedem Thumbnail zu sehen ist. Zwar gibt es ja auch bestimmte Altersgrenzen, wie beispielsweise, dass Instagram erst ab 13 ist, aber das Ganze wird ja geschickt umgangen, indem man sagt, hey, dieser Kanal wird von der Mama betrieben. Und schon sind wir anscheinend aus dem Schneider. Zwar postet beispielsweise meine ich hier Storys, Spiegel-Selfie oder irgendwie das oder hier eine Fragerunde, wo ich mich der Frage, okay, Anne ist ja gerade irgendwie woanders. Sie ist ja nicht mal in der Wohnung, laut ihrer Story. Wie genau kontrolliert sie das? Vielleicht kommuniziert. Warte mal, die postet in ihrer Story, wenn sie gerade allein zu Hause ist. Das ist aber auch nicht sonderlich smart. Wenn da noch jemand den Wohnort oder so rausfindet, das ist ja das ist ja grenzenlos dumm und gefährlich. Oli. Zieren die hier bei WhatsApp. Würde mich schon interessieren. Anscheinend kann man das einfach machen. Anscheinend kann man eine 10-Jährige auf Instagram lassen, indem man sagt, naja, aber der Kanal wird ja von der Mama betrieben, ne? Nicht nur, dass man nicht einschätzen kann, wie sich das psychisch auswirkt, sondern das Problem ist, dass man hier auch Optionen schafft für Menschen, die vielleicht nicht nur Positives zu sagen haben. Die, die vielleicht nicht nur sagen wollen, ach Mensch, ist die süß, sondern das Internet... Ist jetzt, ist jetzt natürlich, ist jetzt natürlich doof zu sagen, aber mir ist es lieber, wenn, wenn halt ein 50-jähriger Typ, der eine Hassnachricht schickt, als wenn er der sagt, dass sie süß ist. Also, deutlich lieber. Keine Frage drum. Das Internet ist böse. Das Internet ist in den meisten Fällen richtig, richtig böse. Beispielsweise die Tochter von Kanye West und Kim Kardashian. Auch sie hat einen Account und gemeinsam mit ihrer Mutter, wo die Kommentare deaktiviert sind, sodass man nicht kommentieren kann. Aber die Leute laden das auf anderen Profilen hoch, um sich dann da unterhalten zu können. Und dabei sind die Meinungen gespalten. Entweder feiern die Leute das Kind oder sie machen sich über sie lustig. Und das tut schon Erwachsenen weh. Und jetzt stelle ich mal vor, die Leute erreichen Kinder. Ja, die Kommentare sind hier deaktiviert. Ja, man kann ihr nicht schreiben. Die Leute finden immer einen Weg für die Psyche eines Kindes eventuell andersrum besser. Ja, natürlich, solange es dabei bleibt, dass sie sagen, dass sie süß ist. Ja. Aber trotzdem möchte ich lieber eine Hassnachricht von einem 50-Jährigen sehen, als eine Nachricht, dass er die süß findet. Auch wenn das natürlich beides nicht geht und beides eher schlecht ist. Wenn ich entscheiden muss, was mir lieber ist, wenn ich nur die zwei Optionen hätte, daraus resultierend, was noch daraus werden könnte, wenn ein 50-Jähriger Dude jetzt dieses Mädchen süß findet. Um dir zu sagen, dass irgendwas komisch aussieht. Und selbst wenn die Kommentare auf diesem Profil deaktiviert sind. Diese Vorsicht-Maßnahmen wurden früher auch bei Annes Profil, wo das Kind deutlich zu sehen ist, nicht getroffen. Auch auf anderen Kanälen, wie beispielsweise Anne Wünsches Kanal, sind die Kommentare offen. Und in den Kommentaren wird die kleine Miley mit dem OF-Kanal ihrer Mutter konfrontiert, dass sie zu viel geschminkt sei, dass sie einem leidtun kann. Und selbst wenn sie zu Hause keinen Zugriff auf die Kommentare hat, kann Anne nicht überwachen, was beispielsweise in der Schule ihre Mitschüler ihr zeigen. Selbst wenn man das ignorieren kann, wenn man es irgendwie schafft, dass diese bösen Nachrichten von einem wegbleiben, dass man das nicht kommentiert, dass man die Kinder Kinder sein lässt und diese Art von Kommentaren nicht an das Kind rankommen. Selbst wenn es das ist. Das Problem, was entsteht, ist, dass... Du kannst die Kinder halt nur so lange beschützen, bis sie in die Schule kommen. Danach ist es halt wirklich vorbei. ...private Infos von wildfremden Personen genutzt werden können, um etwas Negatives auszurichten. Wenn du so viel... Wie sehr willst du werbefreundlich bleiben? Saschka ja, aber ich kann es verstehen. Also kein Front, aber... Er ist schon wirklich eine Meisterleistung. Von deinem Kind verrätst und es so viel zeigst, wird es nicht nur Positives mit sich bringen. Und nein, man kann sich nicht nur damit rausreden, dass man ja was gegen diese Schweine tun muss. Denn diese Schweine werden nie aussterben. Man kann versuchen dagegen vorzugehen, aber... Ist Pädophilie weiter vererbbar? Weil ich meine, dann müssten die ja eigentlich selber aussterben, solange sie nur auf Kinder stehen, oder? Wenn das jetzt so eine vererbbare Geschichte wäre, dann würden die ja prinzipiell eher aussterben, oder? Aber wahrscheinlich ist es nicht weiter vererbbar. Aber man kann auch versuchen, sein Kind zu schützen. Man kann versuchen, sein Kind nicht so früh in die Öffentlichkeit zu lassen. Man kann versuchen, sein Kind nicht von so vielen Personen kommentieren zu... Sicher ist es nicht nur weiter vererbbar. Die Frage ist, ob es auch weiter vererbbar ist. Ich glaube nicht, Homosexualität ja auch nicht. Ah ja, 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 der Vergleich. Ich weiß, dass du es nicht vergleichst. Ich weiß, dass es kein Vergleich ist, aber ich glaube, es ist ganz kritisch, das in einem Satz zu nennen. Und man muss auch nicht jeder wildfremden Person ermöglichen, seinem Kind zu folgen. Also man grenzt ein, dass man Nachrichten schreiben kann. Man sagt, ja, ich werde auch darüber entscheiden, wem du folgst, was du likest. Aber dem Kind kann jeder folgen, wofür das Ganze. Weil das Kind einen so angebettelt hat. Und ich war am Anfang dagegen. Kann man da nicht einfach sagen, nein, Schatz, du bist zu jung. Mit vier bist du zu jung, mit fünf bist du zu jung, mit sechs bist du zu jung. Mit zehn bist du auch noch. Ach komm, mit vier, aber doch, also wirklich, mit vier muss die Arbeit beginnen. Come on, du kriegst frühe Rente. Zu jung. Wenn das Kind jetzt mit 14 zu dir kommt und sagt, Mama, ich möchte auch OF machen. Sie kam halt auf mich zu und meinte, sie... Ist mir auch aufgefallen. Ich meine sexuelle Präferenzen. Ah, sexuelle Präferenzen. Philophilie. Ich möchte auch ganz, ganz viele Videos drehen. Sagst du dann, ja, du bist ja eigentlich zu jung für, ne? Aber wir machen das einfach so, dass da steht, der Account wird von der Mama geleitet und dann sollte das doch eigentlich in Ordnung gehen, oder? Macht diese Argumentation das Ganze besser? Ja, vielleicht hat sie ihre Kontrollmechanismen und schützt das Kind wirklich weitestgehend. Aber nicht wirklich. Wie lange geht das gut? Und warum hält man sich nicht einfach an die Vorgaben? Warum sagt man nicht einfach, okay, Instagram ist ab 13, dann lassen wir es doch einfach sein, dann warten wir ab, bis sie 13 ist. Und dann hat sie doch noch genug Zeit. Und ey, vielleicht hat sie dann einfach einen privaten Account und es müssen ihr nicht 30.000 Leute folgen, von denen man nicht mal weiß, warum sie einer Zehnjährigen folgen wollen. Und ich würde natürlich auch von euch gerne wissen, wie seht ihr denn das Ganze? Findet ihr das übertrieben? Sagt ihr, ja, es ist halt ihr Kind und sie darf auch darüber entscheiden? Ich finde es eigentlich unglaublich, dass man für sowas gesetzliche Regelungen braucht. Also klar, man braucht gesetzliche Regelungen, keine Frage. Die Abschaffung davon wäre nicht das, was ich möchte. Ich finde es nur unglaublich, dass es überhaupt Leute gibt, die so weit gehen, dass man da gesetzliche Regelungen brauchen darf. Versteht ihr, was ich meine? Also brauchen, überhaupt brauchen muss. Kann man vielleicht nicht vorsichtig genug sein. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreibt, auch einen Daumen nach oben gebt. Und mir auch ein Abo da lasst, damit wir uns ganz, ganz schnell nächste Woche wiedersehen bei einem neuen Video mit eurem Girl. Ja, Saschka, sehr, sehr gutes Video. Ja, unglaublich schwieriges Thema. Sehe ich, sehe ich sehr, sehr kritisch. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr irgendwann Kinder habt, bitte macht keinen, macht keinen Content mit denen. Ihr könnt das privat, privat, keine Ahnung, an eure Freunde schicken, I guess, oder an, oder in eure WhatsApp-Gruppe mit der Familie, aber nicht auf Instagram irgendwie Bilder oder Videos von denen stellen. Ich bin jetztarıde von hier margin, das ist bis zum Moment hin. Und hier, ich bin mir erzählt. Und hier, ich bin막hmat classe, ich bin einer Gamma wachstum. Und hier ist noch mal geil.